Hallo, mein Name ist Florian Werner. Ich komme von der Firma Werner Schuhe. Das ist ein Familienbetrieb aus Piemersenz. Seit einigen Jahren haben wir uns auch auf die Herstellung von ökologischer Schuhmode spezialisiert. Da habe ich euch hier mal meinen Favorite mitgebracht. Das ist ein Damen-Sneaker aus chromfrei, pflanzlich in Deutschland gegappten Ledern. Also das ist wirklich sehr gesundes, sehr ökologisches Material. Und dennoch haben wir eben versucht, einen modischen, jungen Schuh herauszuentwickeln.